Hallihallo Hallöchen, liebe Rambazamba TV Freunde. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir haben einen Abhol-Deal. Abhol, Abhol, Abhol-Deal. Ich sag's extra, weil das Feuerwerk, was wir jetzt haben, als Klasse F1, gibt es nur zum Abholen. Diesen Deal kann man bestellen und hier dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag halber Tag glaube ich. Abholen bis zum 31. ganz stressfrei. Bestellen, bezahlen, dann Vorfahren bei uns, Bestellzettel zeigen, einladen und Abfahrt. Alles an Feuerwerk, was man verkaufen darf. Party und Kinderartikel. Okay, wir machen einen Deal. Der ganze Deal, haben wir gesagt, was machen wir für ein Preismüllchen? Wir haben, glaube ich, gesagt, wir machen 36,36. 36,36 Euro. Party-Deal nennen wir das Ganze. Party und Kinderfeuerwerk, das ist dabei. Hier eine Riesenbombe, dass du die mal siehst, das Swiss-Made, mit einer Schweiz hergestellt. Guckst du dir mal an, zündest du an, ist ein Tischfeuerwerk, ein großes. Paff, da ist aber jede Menge drin. Kostet normalerweise 9,99 Euro. Das ist mit dabei, für die riesengroße Tischparty. Dann Shooter, Scooter, nicht Shooter, Scooter, über 360 Teile. Da ist alles drin, Wunderkerzen und Co. Alles für die Kinder. Goldscharper, Goldbrenner, was da alles drin ist, UFOs und was da alles so dabei gehört. Alles, alles drin. Kostet normalerweise 10 Euro. Ist mit dabei. Dann Kinderfackel. Ausgezeichnet mit dem Euro. Ist auch mit dabei. Zwar nicht eine, sondern sechs Stück. Kinderfackel. Tischfeuerwerk. Tischfeuerwerk für die Party. Man kann einem ja Einschränkungen, der Staat hat uns ja Einschränkungen gegeben, der Gesetzgeber. Aber Silvester ist nicht abgesagt. Sie wachen jetzt nicht, sie gehen nicht am 28 ins Bett und paff, wachen auf und das ist der Dritte. Das ist nicht abgesagt. Die Tage sind trotzdem. Hier, zweimal Tischfeuerwerk. Kostet 5 Euro, 5 Euro. Zweimal Tischfeuerwerk. Zack, einmal, zweimal mit dabei. Dann nochmal, damit die Party in richtig Stimmung kommt. Partyalarm, 12 Teile. Partyknaller, Partyknaller, Tischfeuerwerk und Luftschlangen. Kostet wieder ein Fünfer. Gibt es auch mit dabei. Dann haben wir dazu, 21 Partyknaller. Die große Luftschlangenparty. Kann man sich bewaffnen und gegenseitig hier kennen Sie. Patsch, dann fliegt die Luftschlangen raus. Ist eine ziemlich lustige Sache. 21 Stück, ja. Kostet auch um die 4 Euro. Gibt es mit dazu. Dann noch ein bisschen für die Kinder. Tischfeuerwerk. Kindertischbomben, ja. Damit die Kinder auch was anzünden können. Auch ein bisschen was haben. Tischbomben für die Kinder. Dreier, äh, Viererpack für 3 Euro. Auch mit dabei. Dann hier. Knallbonbons, ja. Kennt jeder. Auseinanderziehen. Gibt es mit dazu. Dann nochmal, richtig schön, wenn es dann 12 Uhr ist fürs neue Jahr. Glücksbomben, ne. Für das Glück fürs neue Jahr. Das können wir alle ganz gut gebrauchen. Natürlich auch immer Wachsgießen, ja. Früher war es Bleigießen. Ist ja nicht mehr erlaubt. Wachsgießen. Kostet irgendwie 3 Euro draußen oder so, ja. Gibt es dazu. Dann hier nochmal für die Kinder. Knallfrösche, Flashlights und so weiter. Das ist übrigens relativ teuer. Das kostet 3 Euro draußen, ja. Dann hier nochmal. XXL Vesufe. Zum Anzünden. Bisschen Sprühfeuer. Ja. Das ist für die Großen und die Kleinen. Ich mach mal hier eins auf. Guck mal. Kann man anzünden und dann gibt es so Fontänen, 3, 4, 5 Meter, ja. In verschiedenen Farben. Auch mit dabei, ja. Dann, damit du alles anzünden kannst, einmal so eine Packung Feuerzeuge. Ja. 2 Euro. Gibt es dabei. Wir sind immer noch bei, was haben wir gesagt, 36, 36, ne. Dann gibt es hier richtig schöne Wunderkerzen. Kostet nochmal 1 Euro. Ist ausgezeichnet. Von diesen Märkten, die kennst du, ne. 1 Euro. So. 3 Euro. Gibt es dazu. Wir können jetzt nicht sagen, sind 2 Herzen, 3 Herzen Glücksklee. Die sind einfach dabei, ja. Die packen wir mit dazu. Dann gibt es noch dazu eine 100er Wunderkerzenpackung. Ja. Die machen wir auch noch dazu. Brauchst aber ziemlich viel Zeug, ja. Ja. Was ist das? Über 60 Euro normaler Verkaufspreis. Ja. Wenn du jetzt irgendwo hingehst, zahlst du 60 Euro. Das heißt, wir haben fast die Hälfte. Ja. Und wir geben ja gleich noch was dazu. Da kommen wir weit, weit unter die Hälfte. Das hier sind Knallerbsen. Aber nicht nur eine, sondern hier sind 10 10er Pack drin. Also 100 Knallerbsen. Ja. 100 Knallerbsen. Vielleicht auch für den nächsten Kindergeburtstag oder so. Ist ja alles ganz aus Feuerwerk. Man muss ja nicht am Silvester alles verbringen. Eben. Kann man nächsten Kindergeburtstag was aufheben. Auch das ist dabei. Allein das sind 12 Euro. 9, 9 Cent pro Packung. Wenn du es mal billig kriegst, 15. Dann hast du 6 Euro. Allein hier schon. Ja. Also du machst hier einen Mega-Deal. Ja. Das ist alles mit drin. Wir bebildern das auch alles nochmal unten in den Kommentaren. Jeden einzelnen Artikel. Und wenn du nicht genau weißt, was der kann, kannst du auch gerne unter comet.de gehen und kannst gucken, wie das alles funktioniert. Und damit das ein ganzer Silvester-Deal wird, wir sind immer noch bei 36, 36. Packen wir euch noch ein bisschen was zu knabbern oben drauf. Silvester-Party-Tag. Ein Beutel. Das kostet ja draußen Euro. Wenn du billig kriegst, 79 Cent. Wir packen mal 10 Stück dazu. 10 Beutel. Ich mach euch 10 Beutel dabei. Guck mal. 10 Beutel von dem leckeren Zeug pack ich euch dazu. Okay? 10 Stück. Die gibt es einfach mal oben drauf. Wir sind immer noch bei 36, 36. Jetzt oben unten hinten vorne klicken. Und dann hast du deine Mega-Party-Deal nur zum Abholen. Klicken. Bezahlen. Wir packen es. Du kommst her. Bis zum 31. Bis mittags sind wir da. Dein Deal ist reserviert. Wenn du sonstige Sachen auch einzeln suchst, kannst du die auch einzeln in unserem Shop bestellen. Auch nur zum Abholen. Okay? Ansonsten haben wir natürlich schon noch ein paar Deals lieber verschicken. Da kannst du gucken, was noch im Shop da ist. Gibt es auch einen Agenten-Deal. Für die 008s unter euch. Die James-Blond. Oder die James-Schwarzhaarigen. Die Nachbarn-Scheiser. Die Nachbarn. Genau. Die Corona-Polizisten und Feuerwerks-Polizisten. Alle, die James was aufnehmen wollen. Ist auch ein interessanter Deal. Guckt ihn euch an. Okay? Jetzt schöne Weihnachten. Bis dann. Tschö.